So, auch hier legen die zwei gleich mit Vollgas los und ich würde sagen, wir feuern mal an, auf geht's! So, Matthias ist hier schon beim Seitenwechsel, jetzt auch der Robert am Seitenwechsel. Wir sehen nochmal schön, wie die Sportler auch hier mit einer Schlagfolge von vier Schlägen arbeiten. Jetzt schon auf der Zielgeraden, meine Damen und Herren. Das wird ein Kopf an Kopf rennen und der Matthias ist durch und jetzt auch der Robert, meine Damen und Herren, Applaus für Matthias Thoma und Robert Ebenbaum.